Hallo und willkommen in Ralfs Bastelbude. Heute zeige ich euch die Laserwasserwaage von SEMLOS. Ich habe von der Firma SELMOS diese Laserwasserwaage bekommen. Im Lieferumfang enthalten ist so ein kleinen Stahllineal, ein kleiner Schraubenzieher, Kreuzschlitz, eine deutsche Bedienungsanleitung, eine Garantiekarte für zwölf Monate und außerdem noch drei Ersatzbatterien. Das ist eigentlich ein ganz guter Lieferumfang. Zunächst mal zur Bedienungsanleitung. Die ist mit dem Google Übersetzer vom chinesischen auf englische, vom englischen aufs deutsch übersetzt worden. Also eine ganz typische chinesische Bedienungsanleitung. Aber gut, es ist wie es ist. Man kann eigentlich nicht viel damit anfangen. Auch die Garantiekarte ist richtig lustig. Außen steht drauf, zwölf Monate Garantie. Dann auf englisch. Wenn du glücklich bist mit dem Kauf, dann schreib ein Review auf Amazon und teile das mit deiner Familie und deinen Freunden. Wenn du irgendein Problem hast, kein Problem, kontaktiere uns entweder über Amazon, über das Messenger Center oder über eine entsprechende E-Mail-Adresse. Das ist die Garantiekarte. Zwölf Monate. Sagt halt nicht viel aus, was die Garantie umschließt. Der Schraubenzieher ist dabei, um die Batterien zu wechseln. Wenn die mal leer sind, da ist hier so eine kleine Klappe mit einer Kreuzschlitzschraube gesichert und die kann man dann eben mit dem kleinen Schraubenzieher hier aufmachen. Das Stahl-Lineal ist dafür gedacht, den Laser einzustellen, der sich hier vorne befindet. Wie das genau geht, zeige ich euch noch. Hier vorne haben wir also den Laser. Den kann man erst mal umschalten. Wenn man ihn nach ganz unten drückt, hat man eine waagrechte Linie. Ne, da hat man eine senkrechte. Wenn man ihn in die mittlere Position schiebt, hat man ein Kreuz und ganz oben die waagrechte Linie. Wenn man den jetzt einstellen möchte, das heißt also, wenn der übertrieben gesagt schief anzeigt, dann soll man mit dem Stahl-Lineal, so steht es zumindest in der Bedienungsanleitung drin, hier vorne den Laser verdrehen, indem man eben das Stahl-Lineal in die zwei Kerben hier hineinschiebt und dann kann man das entsprechend verdrehen. Das geht beim ersten Mal so schwer, dass man sich das Stahl-Lineal verbiegt. Zumindest bei dem hier. Ja, das muss man sich dann einmal richtig einstellen und dann funktioniert die ganze Geschichte. Die Wasserwaage hat außerdem hier hinten noch ein Stahl-Lineal eingebaut. Und zwar zeigt das sowohl in Fuß als auch in Zentimetern. Das ist schon ungewöhnlich 2,50 beziehungsweise 8 Fuß an. Mit dem Knopf hier kann man es wieder einfahren. Hier unten ist zusätzlich nochmal eine Skala auf der einen Seite in Zentimetern und der anderen Seite in Inch oder Zoll. Das weiteren sind, wie bei Wasserwagen üblich, Libellen eingebaut. Und zwar drei Stück. Einmal für die horizontale, für die vertikale und im 45 Grad Winkel. Was diese Wasserwaage jetzt ganz erheblich von anderen Wasserwagen unterscheidet, ist der eingebaute Laser. Und der ist gar nicht so unpraktisch. Also man muss erstmal sich eine Anwendung überlegen. Auf Anhieb ist mir bei der Anordnung vom Laser erstmal keine Anwendung eingefallen, weil der an einer merkwürdigen Stelle sitzt. Er sitzt in Verlängerung der Wasserwaage. Das heißt also, und dann auch noch in der Mitte. Also nicht an der oberen oder unteren Kante, sondern er sitzt in der Mitte. Was kann ich also mit diesem Laser machen, wenn ich den einschalte? Also er ist erstmal grundsätzlich stark genug. Man sieht ihn, sieht man glaube ich auch ganz gut hier auf dem Video. Wenn ich jetzt ein Bild aufhängen will und mache das Ganze an der Wand, dann muss ich auf jeden Fall am Laser selbst ausrichten. Ich kann nicht mir hier erstmal irgendwo eine Kante aussuchen, sondern ich muss komplett hier am Laser ausrichten. Wenn man das weiß, ist es in Ordnung. Praktisch ist es eigentlich nicht. Ich gehe also hin und richte die Wasserwaage nach der Libelle entsprechend aus in die Waagrechte und kann mir dann entsprechend an der Wand Markierungen anbringen, für zum Beispiel ein Bild aufzuhängen. Und da dieser Laserstrahl auch über mehrere Meter hinweg einwandfrei funktioniert, kann ich also auch in einem langen Flur beispielsweise Bilder auf der gleichen Höhe anbringen. Das ist eine ganz praktische Geschichte. Auch wenn der Laserstrahl nicht sehr weit direkt an der Wand sichtbar ist, so ist er doch auf jeden Fall sehr gut sichtbar, wenn ich irgendwas in seinem Weg halte. Also ich zeige euch das mal. Also auch wenn der Laserstrahl an der Wand selbst vielleicht nicht mehr so gut sichtbar ist, so ist er doch sehr gut sichtbar, wenn man irgendwas in seinen Weg hält. Da kann ich dann also auch wieder entsprechend die Markierung an die Wand machen. Das ist ganz praktisch. Also das ist sozusagen eine Wasserwaage, die mehrere Meter lang ist. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut bei Tageslicht. Was hier jetzt nicht ganz so gut zu sehen ist auf dem Film, ist aber in der Realität wirklich gut zu erkennen. Das ist der Laserstrahl an der Wand. Dazu müsste ich mal das Licht entsprechend ändern. Hier sieht man nun, wie das Ganze aussieht an der Wand. Da habe ich mal jetzt hier diese Kreuzvariante. Dann gibt es die Möglichkeit, ich kann es umschalten, dass eben nur der waagrechte Strich oder eben nur der senkrechte Strich zu sehen ist. Und das Ganze ist jetzt hier in der Entfernung von etwa 2,50 Meter. Also da ist es noch wirklich sehr gut zu erkennen. Ich gehe mal mit dem Laser hier weiter weg. Ich glaube, da kann man immer noch ganz gut erkennen. Und das ist jetzt schon ein ganzes Stück weit weg. Ups. So, man kann hier, glaube ich, immer noch ganz gut erkennen. Man kann den Laser hier, den Laserstrich noch sehr gut erkennen. Und das ist jetzt schon eine ganze Ecke weit weg. Na komm, fokussier mal. So, seht ihr, wo der Laser im Moment steht? Hier hinten. Das sind jetzt ungefähr so, ja, 6 Meter Entfernung. Und das geht einwandfrei. Ich stelle ihn jetzt mal noch weiter weg. Das sind jetzt 10 Meter. Mal gucken, ob man den noch... Ja, man kann den noch erkennen. So. Da haben wir ihn. Also er ist auf jeden Fall auch in 10 Metern noch erkennbar. Das geht natürlich dann bei Tageslicht nicht mehr. Mein Fazit zur Laserwasserwaage von Semloss. Für das gilt absolut in Ordnung. Es ist kein High-End-Teil. Es kostet halt auch keine 50 oder 100 Euro. Das ist das ideale Teil für den Heimwerker, der mal ein Bild damit aufhängen will oder auch mal tapezieren will und da einfach einen geraden Strich an der Wand braucht. Dafür ist es wunderbar geeignet und nicht mehr und auch nicht weniger. Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Ich verlinke euch das Teil unten in der Videobeschreibung. Wer es also auch kaufen möchte, überhaupt kein Problem, klickt man bei Amazon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet einen ersten Eindruck von dieser Laserwasserwaage zum wirklich günstigen Preis gewinnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.